Hallo, da ist wieder euer Hobbykoch und heute machen wir mal einen Glasnudelsalat. Was wir dazu brauchen, zeige ich euch natürlich kurz nach dem Intro. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal, haut auf die Glocke da oben. Und jetzt geht es schon gleich los. Was wir für unseren Glasnudelsalat benötigen, zeige ich euch natürlich wie immer da. Wir benötigen Champignons, eine Paprika, dann brauchen wir noch eine Karotte, dann natürlich auch unsere Glasnudeln. Ich werde dann zwei so Päckchen nehmen. Natürlich brauchen wir dann auch noch ein bisschen Fleisch. Ich habe jetzt hier Schweinefleisch, man kann aber auch Rindfleisch nehmen oder auch Hühnchen, das geht bestimmt auch. Ich mache das heute mal mit Schweinefleisch. Eine Zwiebel benötigen wir dann noch. Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Öl dann zum Anbraten. Ich habe dann hier noch etwas Blattpaprika, natürlich auch noch ein bisschen Salz und etwas Pfeffer und dann kann es schon losgehen. Zuerst schneide ich jetzt mal das Schweinefleisch in kleine Scheiben. Dann kommen auch die Paprika, also das werden nur so kleine Streifen hier geschnitten. Das muss nichts Besonderes werden. So kleine Dinger. So, das Fleisch ist jetzt soweit geschnitten und das wird gleich angebraten. So, das bisschen hier noch. Ich gebe jetzt hier schon mal einen Schuss vom Öl rein. Gleich gebe ich schon mein Schweinefleisch hinterher. Und während das Fleisch dann brät, werde ich dann schon mal alle anderen Zutaten, ja, klein schnippeln, schneiden. Und das muss alles getrennt angebraten werden. Also, wir müssen nicht vergessen und auch beachten, dass das alles schön getrennt angebraten wird. Jetzt rühren wir hier mal um und wenden wir es wissen. Die Karotte habe ich jetzt schon, ja, geraspelt. Und mit der Karotte geht es auch gleich weiter. So, das braucht noch ein paar Minuten. Das Fleisch soll richtig schön, ja, goldbraun angebraten werden. So wie das jetzt hier ist und dann kann man das runternehmen. Und ja, auf die Seite stellen. Dann musst du sie jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und gleich geht es hier schon weiter mit der Karotte. Und weiter hier im Text mit unseren Karotten. Die werden auch richtig schön angebraten. Das dürfte so genügen. Und jetzt mache ich gleich mit unserem Schaffnungshalter. Also wirklich nur so ein bisschen. Andünsten, die ganze Geschichte hier. Und jetzt kommen die Schaffnungshalter. Mann, oh Mann. Weiter geht es hier. Die letzte Ölung. Naja, ganz so weit ist es noch nicht. Und jetzt kommen unsere Schaffnungshalter ins Spiel. Da sind sie, unsere Champions, äh, Schaffnungs. Und die brauchen ja immer ein bisschen. Dann werde ich dann gleich mal die Zwiebel schneiden hier. Die Schaffnungshalter sind auch jetzt soweit. Und wenn ich das jetzt alles hier so sehe, erinnert mich gerade an das Video mit dem Schichtsalat. Ja, da musste man auch alles extra anbraten. So kann ich euch gerne auch mal verlinken. Da musste man das auch alles so extra anbraten. Und ja, das dauert eben seine Zeit. Aber wer gut essen will, muss lange kochen. Und jetzt geht es mit der Zwiebel weiter. Rein damit. Und die Zwiebel auch nur so ganz leicht andünsten. Also nicht schwarz braten, sondern so richtig schön glasig. Ja, so ungefähr, denke ich fast bis dann. Und die nehme ich jetzt runter. Und jetzt geht es mit unserer Paprika weiter. Und jetzt geben wir hier unseren Paprika hinzu. So, gehen die Braten auch noch an. Und dann werden die Nudeln gekocht. So, währenddessen jetzt hier schon mein Topf mit dem Wasser auf dem Herd steht, nochmal zum Mitmeißeln, was wir jetzt hier alles angebraten haben. Also einmal Paprika. Nummer zwei Champignons. Nummer drei Schweinefleisch. Wie gesagt, ihr könnt auch Rindfleisch oder Hülchen nehmen. Zwiebeln. Als viertes dann unsere Karotte. Und als Nummer fünf unsere Zwiebeln. Und jetzt geht es schon weiter. Jetzt werden hier unsere Glasnudeln gekocht. Jetzt ist da hier so ein Faden drum. Den sollte man natürlich nicht mitkochen. Deshalb schneide ich das jetzt hier mal für euch ab. Und dann geht es ins Wasser. Ich habe jetzt da wie gesagt hier drei Päckchen. Und die wandern jetzt einfach hier rein. Und die werde ich gleich mal umrühren müssen. So, der Rest auch noch rein. Und die werden jetzt einfach so ein bisschen gekocht und durchgerührt. Ich nehme mir eine Gabel und lasse die einfach so, ja, so hier in dem Wasserbad so ein bisschen schwimmen. Die sollen nicht so richtig kochen. Nur, dass die so erhitzt werden ein bisschen. Und ich glaube, in ein, zwei Minuten ist die Liga fertig und dann wird es abgegossen. Unsere Nudeln. Hey. Bam. Rein damit. Jetzt geben wir schon unsere Champignons hier rein. Natürlich auch unser Schweinefleisch. Unsere Karotten. Natürlich auch unseren Paprika. Und unsere Zwiebeln. Und das wird jetzt alles richtig schön durchgerührt. Erstmal zumindest. Wir sind noch nicht fertig. Ja, da ist er jetzt, unser Glasnudelsalat. Ich gebe euch noch einen Tipp. Schneidet euch die Nudeln vorher. Sonst habt ihr da so einen riesen Klumpen drin. Ja, ich melde mich gleich noch mal zurück. Und das geht gleich in den Kühlschrank. Da steht er nun. Mein Glasnudelsalat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ja, wir nicht da eben nach unten. Ja, bei dem Video sind so ein paar Sachen schiefgegangen. Irgendwie erst Akku leer von der Kamera, dann Speicher beim Handy voll. Also, hm. War wahrscheinlich heute nichts Besonderes. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwie doch ausgleichen kann. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Schon mal vorab. Der Rest geht natürlich in den Kühlschrank. Da muss das jetzt mal so acht Stunden durchziehen. Ich habe euch das jetzt präsentiert. Ich hoffe, wie gesagt, dass das dann auch so funktioniert. Und ich sage schon mal Dankeschön für den Daumen nach oben, für das Abo. Haut auch auf die Glocke. Und bis bald. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch. Ich schlitz jetzt schon. Nichts gemacht. Aber der Stress hier mit dem ganzen Zeug. Ach, jetzt kommt.